Der 46-Jährige meinte, dass der Täter aus rechtsextremistischen, rassistischen Motiven gehandelt hat, aus Rassentat in Halle. Erst der versuchte Anschlag auf eine Synagoge, dann... ...rassist attack on a student. In Downtown Oslo, the horrors of what transpired. Das wird aus anderen Tagen international geteilt. First of downtown. Untertitelung des ZDF für funk, 2017